Der Kampf geht los. Yes! Hi! Ich wollte grad sagen und ich hoffe, Kekos ist da. Nein, bin ich nicht. Okay, tschüss. Ihr wolltet doch ein bisschen Licht haben. Jetzt zieh ich dich ja wieder. Das ist ja ekelhaft. Ja. Pinsel! Lass mal die Wände einfärben. Wenigstens kann man lieb sein mit Waffen. Wenn der Pinsel voraus saust. Ja. Ja, tschüss. Und hier schon. Aber immer alles wieder gelb. Sinn. Ja, hi! Oh, juli! Da sterbe ich ja gerade mal. Ja, Cici, ich hab dich schon gesehen. Ich bin gestorben. Ich konnte nicht weg. Dark killt meine Ohren mit Krakeno. Aber da! Was tust du denn da? Was tust du denn da? Und deswegen liebe ich es. Deswegen! Und jetzt bin ich doch zum Tod. Ich hab Cici gekillt. Und den wilden Kaiser auch. Werden Troppletten eingenommen gerade? Ja. Hier, bei mir ist keiner. Ihr könntet hier flanken. Und hat sich erledigt. Immer genau dann. Woher wissen die das immer? Die Stream snipen. Es ist immer so safe. Und immer genau dann, wenn ich es calle, kommen alle. Das ergibt keinen Sinn, Alter. Es ist einfach so. Oder wir sind den Kopf los. Hä Todd, Alter. Acht, die Google kann doch zerstört werden. Da kommt vielleicht einer mit der Wanne. Ja. Ist ja wonderful. Fabian. Sehr schön. Der war voll nervig, ne? Mhm. Eine Fallen, die nach einer Weile weg? Okay. Ich war doch an ihm vorbei. Oh, da ist mir voll reinigt, der. Oh mein Gott, der steht ja vor allem nur du so. Was der wollte. Scheiße, Mann. Tja. Das war's. Easy. Mhm. Ah, sie haben hinter mir wieder alles eingenommen. Cool. Da hat einer hinter mir ne Ulti aktiviert, ohne dass ich das gesehen habe. Ach so. Lul. Bin ich eigentlich leiser? Aber wo wir von... Ah, was soll ich sagen? Hallo, Test. Ah, ist ja interessant. Alles gut, richtig normal aus. Obwohl, es geht um den Stream ja gut. Ja, eben. Lacki klug. K-U-L-L-U-L-U-K-A-L-U. K-U-L-U-L-U-L-U-L-U. K-U-L-U. Ich hab Limiter rein, deswegen weiß ich nicht. Ja, okay. Test, test, hallo. Okay, das passt. Aua, meine Ohren. Entschuldigung. Das ist vollkommen übersteuert. Ja, im Stream passiert mir das aber nicht. Oh, na, wie ich spiele mit Soße. 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 Was ist denn das hier? Mein Schuh fliegt weg. Sorry, mein Internet ist bissl RIP. Spare RIP. Ja, deine, äh, deine Mama, äh, deinem, wie hieß das die Mama? Deine Mutter. Deine Mutter ist auch RIP. Jo, Mom. Jo, Mom ist RIP. Okay, okay, tschüss. Hä, was war das? Die hatten die einen tschüss vor uns. Die haben uns zugesehen und das ist so. Oh nein, nicht die. Auf Wiedersehen. Die sehen das Team. Nope, nope, nope. Nope. Co, ho, Corvus René. Lol. Oh, ich bin gegen den französischen Taktiker. Ja, richtig. Grundel-Pavillon. Krass, dass wir mal Minecraft nachbauen. What the fuck? Team Siege in Voll-G4. Inkling-Team mit Waffen-Mix. Oh, da kann man ja verschwinden. Hoch. Da ist ein Eimer. Hoch. Im Eimer. Was bedeutet eigentlich bei der Inkleiste, ähm, der Strich? Was ist ein Strich? Da gibt es einen Strich. Ein Barcode. Man holt sich noch nicht. Ja. Nö, 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 nö. Fuck. Auch egal. Uh. Nein. Kannst du sterben? Nein. Korvus René hat mich getötet. Was machen wir jetzt? Das Spielspiel. Ach so. Ach, wir spielen Splatoon. Ja. Scheiße. Äh, bei uns ist jemand einer? Jemand einer. Da ist jemand einer. Na, hi, Noah. Nein, Noah. Nein, Noah. Noah hat mich gekillt. Noah hat uns Ticko. Wo seid ihr denn? Tot. Warum? Warum tot? Ich habe Leon getötet. Nein, Korvus. Korvus. Corona. Wer wird? Warum weiß er immer genau, wo ich bin? Ja. Wer hat den Hammer? Der muss eigentlich ein Schrott. Aber nee, er geht genau auf mich. Genau. Ganz genau, Leon. Scheiße. Noah schiebt so. Nichts gut, nix gut, nix gut. Mit der Wanne geht mir auf den Sack, ey. Mh, bin schon da. Zu viele, zu viele, zu viele. Neuersohn. Das sind gute Leute. Das haben die. Neuersohn. Heavy Korvus mit seiner Splatling. Fuck mein'r. Ich bin oft viel zu intensiv im Nahen. Voll kacke. Weg hier. Scheiße. Nein. Hä, ich bin in meiner Ulti, du Schwanz. Mann. Haben wir. Haben wir. Hat einer unten irgendwas gemacht? Nein. Mist, Mann. Es ist sogar irgendwo knapp. Nein, wir haben voll verloren. Ja. Fünf Prozent. Schade, Mann, Meladi. Stark, das ist ein Stempel, den will man nicht einsammeln. Den kriegt er nicht eingesammelt, tut mir leid. Der kriegt... Der sammelt dich ein. Super-Pilz. Der erste Sekunde da, war Puff direkt. Puff. Du siehst ihn und dann ist er weg. Ne. Also ich sieh ihn und dann bin ich weg. Kann man noch ein sein, äh, sein Splatoon-Inkling-Sing-Mindern? Ja, meinst du so, ja, den kann man immer, kann man ändern, ja. Okay. Aber geht ja nicht, wenn du gerade online spielst. Ja, das ist ja nicht. Ich frage mal allgemein. Ne, den kann man ändern. Du hast die Frisur, ne ganz Blödsinn. Oh, sieh alles scheiße. Nimm doch einfach das, äh... Nimm doch einfach alles, schätze. Nimm doch irgendwas, um freizuschalten. Nein. Hallo, du musst ein Profi sein. Du musst alles einmal dasselbe haben. Aber bin ich nicht schon Profi? Nein. Du bist immer letzter. Ich bin ein glorreicher Superständs-Fan. Das bin ich auch. Luna-Chacha? Oh, Sniper. Ja, da bin ich schon mal gespannt. Das ist Normalo-Sniper. Normalo. Wir wissen nicht, was wir für ein Level sehen. Da hab ich nichts zu sagen. Drei. Ach, hundert. Was ist da los? Herbert. Scheigal. Scheigal. Melvin. 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 Meg-Soßröl. Oh, nicht Meg-Soßröl. Grundl-Pavillon. Hey, jetzt können wir in Minecraft nachbauen. Ey, lass das mal in Minecraft nachbauen. Ich hab ne viel bessere Idee. Und da sehen sie. Lass das mal in Minecraft nachbauen. Und da sehen sie. Voranstürmen. Nach ganz vorne. Lass das mal in Garry's Mod nachbauen. Aber nur mit den Standardtexturen. Damit das wie viel Sass nicht auskommt. Und die Gegner haben auch einen Sniper. Hurra. Was ist jetzt nicht kommen? Sie in Megfist. Megfist. Und Granade. Äh. Klapp an. Liene. Was? Das war ja komplett für Liene. Ja. Einer ist bei uns drüben. Ich weiß, wenn du zu mir hinspringen willst. Das Spiel lässt mich nicht. Achtung, Achtung. Bounce unten. Bounce unten. 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 Und das Kerner gehabt. Keiner. Kondition direkt. Oh. Ich zieh mich auf. Es bleibt doch da, Mann. Ha. Drauf geschissen. Mitgerissen. Oh. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ja. Genau hinter mir. Ja, genau. Oh, wer hab ich denn da gerettet? Ich? Oh, danke, Mann. Juuuuch. Ich mach so. Tschüss, Alter. Wie gut, oder? Oh, du bist es. Du bist ja wedelkürig. Scheiße, ich betone. Ich komm nicht voran. Ich komm nicht. Ich komm einfach nicht bei den Gegnern. Das war echt dumm von mir jetzt. Hört mir leid, aber unser Sniperpartner ist schlecht. Ja, was ist das? Das ist richtig. Vanillus Soos. Scheigai hat er nicht gekillt. Deren Sniper ist leider dafür sehr gut. Komm ich net hin. Hm. Schreib nicht in Farbe, Rex. Wir sind hier schließlich bei Splatoon. Du Gesichtsgrätsche. Mann. Oktopodenhoden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah. Durch die Kacken fällt. Oh nein, ey. Deswegen, du kommst da nicht weg. Ja, wenn ich auch immer in in ihnen rein spawne, ist es ja auch ein bisschen dumm von mir. Ich steppe immer mit den Gegnern. Das ist mein Problem. Scheiße. Du hast doch gewonnen. Ja, klar haben wir gewonnen. Ja, sie sind da gewonnen. Wir waren doch rot, oder? Äh, ja. Ne, tut mir wandgelb. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber... Haben wir einen scheißen Mate gehabt? Ich hoffe, der haut ab. Aua. Der Partner war einfach nur schlecht. Luna, cha-cha-cha. Rex, Rex, Ü. Rex, Ü. Ja, gut. Es ist weg. Ach, ja. Wurden aktuell... Ach so, stimmt. Wir haben eine ganze Stunde gespielt. Ja, die wird aktualisiert jetzt. Endlich mal wieder. Ich finde das sogar ganz in Ordnung, weil das dauerhaft für dauerhafte Abwechslung sorgt. Ich finde es nicht in Ordnung, wie sich das gehandelt wird hier. Oh, die Moluskelpool und die Permut-Akademie. Echt, oder? Ich finde, das geht... Oh, die Akademie, da ist die Mitte wichtig. Oh Gott, oh. Ich muss echt sagen, das geht eigentlich, finde ich, in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Hey, zeig mir ein Spiel, wo das Map... die Map-Rotation so scheiße gehandelt wird. Genau. Bitte doch mal nachdenken. Ja, eben. Eine Map pro Stunde, so. Ja, wie heißt das Spiel? Keine Ahnung, zwischen irgendwo. Es ist gar nicht mal so geil hier, aber passt schon. Weißt du, wie viele Spiele... Hier, Fortnite, jedes Season eine komplette neue Map. Wenn dir diese komplette Map nicht gefällt, musst du eine ganze Season warten, dass du eine neue kriegst. Die wird halt ständig geändert, so. Die wird jede Season nur umgeändert. Ja, geändert. Das ist ja trotzdem quasi eine Map. Ja, aber wenn dir das nicht gefällt, die Map, musst du eine komplette Season abwarten, bis du eine neue bekommst. Das ist keine neue, es ist immer dieselbe, sie wird nur geändert. Ja, aber wenn dir diese Map-Aufbau nicht gefällt, musst du eine Season warten. Ja, ist halt so. Ja. Aber es ist total scheiße. Nein, das geht eigentlich. Das ist trotzdem immer, weil es ein Battle Royale ist und die Zonen ja immer verschieben sich, du hast immer trotzdem in jedem Kampf ja dann immer ein ganz anderes Kampfgefühl, weil immer anders. Da ist es gar nicht mal so wichtig, dass es hier eine Map-Rotation gibt. Oh, das ist so wichtig. Was warte ich jetzt hier eigentlich? Ich weiß nicht, was du willst. Was willst du denn von mir? Das weiß ich doch nicht. Trotzdem ist das generell voll Kacke. Ah ja. Das habe ich dir gegeben. Ich gebe es mir hart. Da, nimm mal nicht den ganzen Tag ein. Mann, Dark. Das ist schon scheiße. 17 Uhr wird es dunkel. Ey, das ist schon dumm. Ich stelle mir so Dark vor, wie ein komplettes Mal einfach pur schwarz ist, wenn einfach nur der Bildschirm leuchtet. Ja, ja. Aber sie guckt einen Stream über einen Bildschirm wie beim GBA. Was? Beim Game Advance, der Bildschirm. Der hat ja keine Beleuchtung. Ja, ja. muss der dunkel bleiben. Ihr Bildschirm auch, also quasi Helligkeit null, oder? Oven. Owen. Der hat die Volke Owen. Ist das nicht eine Special Airbrush? Das ist meine Airbrush. Ich glaube, das ist ein höheres Level, ne? Das ist eine Special Airbrush. Äh, ja, diese kann ich aber auch schon besorgen. Oder habe ich für die Rea gesagt. Ich habe Hunger. Dann ist doch einfach Hunger. Ich muss nachher zum Megis. Nein. Wir haben nur noch Angebote bis morgen. Du musst sparen, weil alles so für Mario Party 6 drauf geht. Ja. Ja. Ah, ja. X3D Vol. 3. Was ist das denn? Das ist meine Lieblings-Vol. Vol. 3. X3D. Ja. Oh, das ist eine. Oh, Palmon Academy. Oh, geil. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ne, ist eine schöne Mail. Mag ich. Kenn ich nicht. Aber ich tue das, was ich immer tue. War das nicht aus Beton 1? Fragezeichen. Nein, das war aus dem Story-Modus 2. Story-Modus 2. Ja, das ist eine Mail aus dem Story-Modus 2 halt. Aber nee, das ist nicht aus 1. Ich kenne die Maps aus 1. Gab es die nicht im 1? Echt nicht? Nein. Äh, sie ist hier. Okay. Ach, so geil. Nein, Mann, du bist nicht cool. Immer so voll beleidigend. Ha! So, hatte ich erst mal wieder eine Stunde Zeit, mich an die Maps zu gewinnen. Ich habe Stücks weggespritzt. Aua, das war eine Bombe in meinem Anus. Oh, hallo. Haftbomben. Sie wurden verhaftet. Sie wurden Haftbefehlt. Haftbefehlt. Ja, da ist schon wieder einer mit Feuerblumen. Irgendwann, ich kann wieder bei. Mit der Feuerblume. Hoich, hoich. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, wo denn, wo bist du denn? Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ich sehe Lucky nach dem Web. Ich hatte Angst. Hilfe. Sehe ich das eigentlich gerade richtig, dass der Team-Mate versucht, mich abzusnipern? Ist der dumm? Haben wir einen Sniper im Team? Nein, haben wir nicht. Dann war es doch der Gegend schon. Warum war die Line gelb? Boop. Die Linie ist auf einmal auch der. Oh, okay. Ich sehe es. Das ist ja dumm. Ich kann nicht coolen. Dein. Nee. Ich hasse es. Das ist ein guter Sniper mal wieder. Stylix. Es dückt. Oh Gott, ich hoffe, du bist safe. Oh lol. Sehr schön, sehr schön. Ah. Hinter dir. Er ist weg. Wolke. Ha. Gay. Dein Geld ist nicht gay. Doch, der ist tot. Du hast ein Geld gemacht. Oh, du. Ach, du. Du Krampfhoden. Lucky, du bist ja tot. Ja, ich bin in der Granate reingelaufen. War deine Schuld. Ich habe dich gesehen und du hast mich abgelenkt. Ich habe dich abgeleckt. Ja, du leckst mich immer, aber dann kann ich nicht spielen. Dann kann ich nicht spritzen, wenn du mich ableckst. Ja. Oh nein. Du solltest dann richtig spritzen, wenn du mich ableckst. Nein. Nein, das ist nur die Ulti. Ich habe auch so, sie sind die Ulti ultimativ, ultimativ vergeudet. Oh, Jeep. Jeeper hat. Ja, stirb du Sack. Puls. Oh ja. Hallo, 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 Stepper. Tschüss, Stepper. Der Baum muss gelb sein. Ich habe am Ende so gepanickt. Hallo, Sackl. Ja, nice. Saugut. Das war, das war gerade so lustig in der Mitte. Ich renne so mit dem Pinsel, weil mich einer verfolgt. Nächste Ecke, das ist noch ein roter. Nächste Ecke, das ist noch einer. Ich so, Hilfe, Hilfe. Ich will hier weg. Stell dir richtig vor. Du machst euch gar nichts, du beflüchtest du. Ah, rennt im Kreis. Habt ihr auf der Map gesehen, wie ich gestorben will. Lucky rennt von einem Punkt zum anderen. Ah, ich kann so neue Welt fällen. Cool. Lucky wird verfolgt. Da sieht man nur die Spur auf der Map. Epp, ich habe fünf Sterne. Niu. Suki, keine Ahnung, der Kolinos. Die wurden doch zurückgesetzt in meinem Endstream. Ja, du musst jetzt nur noch, um der Kolinos zu bekommen, musst du jetzt einfach nur dein ganzes Geld nehmen. Ja, richtig. Alter. Du musst Zap sein. Punkt. Hm. Wie kann man nochmal welche geben? Hm, mit GIF? Äh, Slash, GIF. Ne, Ausrufezeichen, GIF, oder? Ne. Slash müsste es ja dann sein. Slash, GIF. At. At Schwanzbefehl. At, äh. Moluskelbude, cool. Immer so, okay. Unbekannter Befehl. Halt doch die Klappe. Ist nicht angelogt. Hä, war es nicht Slash? Was, Ausrufezeichen? Das Ausrufezeichen, weil Ausrufezeichen, GIF, Kolinos. Okay, ja, meine Fresse. Und ich glaub dir auch vor allem noch. Ey, guck mal, die Farbe ist ja golden. Das ist gelb. Du bist gelb. Du bist gelb. Du bist gelb. Gelb von Neid. Oh, Wanne. Hallo. A girl hat mich getötet. Nein, der hat auch einen. Einfach nur a girl. Finde ich gut. Der war immer noch da oben. Ich dachte, der ist runtergesprungen. Der hat... Hös, 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 hös. Hab ich mich schon wieder gegen Kevin. Kevin allein zu Haus? Ja. Danke. Wer war das? Kevin. Kevin. Kevin, die Seelgurke. Woher kommt die nochmal? Spongy. Schlechter Zeitpunkt. Aber Mensch. Ich hab auf den Typen gewartet. Ich hab die weggekäbelt. Ich kümmere meine eigene Punktzahl nicht eigentlich. Ich tu einen guten Job. Ich hab ihn noch einmal mit erledigt. Haha. Nein. Broschi ist fast tot, Leute. Froschi. Froschi. Schon wieder... Ach nee, ich bin durch Kelven gestorben. Das ist die Waffe. Ich hab nicht Broschi. Scheiße. Dreh doch die Kelme, du Schlürrwimpf. Du Verrumpelung. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Oh nein. Ja gut. Das ist dann auch wieder vorbei. Oh. Ha. Ketty. Hallo. Hallo. Spritzt mich nicht an, Alter. Er hat mich gerade gewandt. Er war einfach im Kreis gegangen und hab den Typen dann gekillt. Scheiße, Owen. Ja, toll. 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 Was? Das zerstört das nicht? Nee. Aber die Faust tut das. Was das denn für ein Blödsinn? Hinter uns, hinter uns. Da geht nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ich wollte auch nichts mehr machen. Aber wir haben das gewonnen. Ich hab den... Oh, das sieht aber schon ein bisschen knapp aus. Nein, nein, das ist definitiv gewonnen. Was? Das haben die nicht. Was haben die? Guck mal da unten links und so. Das ist viel zu viel. Das ist doch für... Das ist nicht für mich, für uns gewonnen. Mensch, Lucky, stell dich mal mehr an. Nimm doch den Roller. Wem er die meisten Kills hat. Kaufe dir doch den Roller. Kaufe dir gleich mal einen Roller. Oh ja. Rollator. Ein Rollator, Alter. Was ist das denn? Das wäre auch mal eine gute Waffe, oder? Einfach so ein Rollator. Ja. Da mit auf deine Gegner drauf. Ja. Oki doki. Oki doki. The fuck? Och, Gekko. Och, Nintendo. Er hat schon wieder die Maps umgeändert. Ja, ja klar. Nach 13 Minuten. Och, Nintendos. Alle 13 Minuten ändert sich die Map. Alle 11 Minuten ändert sich die Map ins Platoon. Was haben wir nochmal für ein anderes Meme genommen dafür? Äh, viele. Alle 11 Minuten verbinden sich die Verbindung zu diesem Test. Ja, genau, genau. Eben. Eben. Oh Mann, ey. Ach, Nintendo. Hi, Wai, Wai, Wai. Da du jetzt streamst, kann ich das Video gar nicht fertigstellen. Stellen. Hallo, Leute. Heute gibt es wieder eins auf die Theorie für euch. Eins-Theorie. Ja. Tu es doch. Hast du schon angefangen? Was? Hast du schon angefangen? Ich hab ein bisschen dafür, äh, Recherche betrieben und so. Egal. Aber das kann ja jetzt wegwerfen. Nein, Mann. Warum denn? Das ist alles weg. Jetzt versuchten wir es. Das macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Es macht Sinn. Tu es einfach. Du, du, du stehst doch wieder die Frage. Es dringt auch noch nicht. Gib mir dein Pudding. Gib mir dein Pudding. Du reicher Superstern-Fan. Du reicher Superstern-Fan. Stream zu Ende, da ich jetzt da bin, ganz genau. Socke ist da, wir müssen den Stream jetzt beenden. Ja, tschüss Socke. Jojo. Jojo. Oh nein, Jojo's Pizza Adventure. Jojo's Pizza Adventure. Ganz genau. Ja, das ist Support. Ab da mit der schlechten Witze. Wenn ich eine Sub vor Ort esse, ist das... Ja. Lucky left the game, hä? Was ist hier denn passiert? Aua. Ich hab meinen Stift umgedreht. Aber Lucky, was tust du denn? Ach, nö. Green Puff. Was? Oh, wir spielen gegen Midna. Rex Ü. Rex Ü. Oh, wir spielen gegen Midna. Ich hab's gelernt Witze zu reißen, ja, sehr schön, oder? Gartow. Life. Wir sind jetzt hier Kisi. Der Käse. Was bedeutet dieser Strich bei der Tintenleiste? Ich verstehe mir nicht, was du meinst. So ein Strich und Balken bei der Leiste. Mit dem Pfeil. Da waren zwei. Einiggen, zwei ist unfair und hat meine Lehne kaputt gemacht. Ja, ich hab meine Schule, ich hab mich im Arsch. Das ist, glaub ich, komplett im Arsch. Egal. Nein. Doch. Mit dem. Mit dem. Das zerstört meinen Ball, aber der Ball zerstört den Ball nicht. Was ist das für eine Logik? Ja, Ball-Tastik. Das ist Ballistik im Spiel. Zack. Wo ist das ja eine Wand? Verpiss dich. Wow. Hallo. Das war so unnötig. Nein. Warum ist da denn einfach eine Granate? Um ein Blickrichtung, ne? Hm. Oh, jemand hat meine Granate aufgelöst. Oh, 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 oh. Ja, nein. Arschkopf. Ja, ich habe Cream-Puff gekillt. Sie sind nur so puffig, ne? Ja, nicht mehr so cremig. Guck mal, was gegen meine Blueskuhl. Was werden die Blueskuhl? Ich muss gleich mal was dagegen tun, gegen meinen Stuhl. Jo, wahrscheinlich. Hab den Kühl gesteilt. Ja, dafür bin ich gestorben. Auf Otto.de. Ich habe mir sie gestorben. Ich habe sie gestorben. Es hat keine Tinte mehr. Ich hatte keine Tinte mehr. Ich hatte keine Tinte mehr. Erfung hinter dir. Mittner. Erfung hinter dir. Ich habe die so schön attackt. Da kann man noch an der Seite, da kann ich nichts machen. Allermann. Allermann, Allermann. So, Tuko. Wie immer plötzlich ein zweiter auftaucht. Das ist doch nichts. Oh, so eine Mine. Lul! Oh, Quadratlatschen. Da kam ich immer weg, Mann. Komm, stirb einfach. Stirb, 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 stirb. Niedelwurz. Was haben die? Ich habe getan am Ende, was ich konnte. Ja. Oh, wir haben ja gewonnen. Fast. Wie geht es dir? 10% Abstand. 48 auf 51, wo ist die 001? Habe ich gegessen. Hä? Hä? Ist die Schraube hier irgendwo runter? Ja, ah! Oh, ich muss dort auch vielleicht auf Ja drücken. Ich hoffe, ich habe die zweite Schraube nicht weggeworfen. Nee, da ist sie. Oh, cool. Ich kann meine Lehne wieder reparieren. Cool. Cool. Willkommen, Leute, bei Gecko-Stream, hier, wo ich meinen Stuhl repariere. Lehnt euch zurück. Okay, nächstes Stream. Lädt euch zurück und schaut, wie ich meine Lehne repariere. Richtig. Ja, richtig. Ich bin halt so lange ohne Armin. Ja, Brücke, Brücke, tot. Was? Mit einer Brücke? Brücke, Brücke, tot. Ich habe Hunger. Slumbering. Dann geht es um, Brücke, nur noch heute Angebote. Ja? Ja? Ja. Oh, Löl. Hol ich mir. Darf ich deine Waffe umbenennen? Nein. Warum nicht? Nein! Ich will aber... Sag mal, ist meine Beschreibung so unverständlich? Ja? Ich kann dich lesen. Eigentlich ja nicht. Was ist das denn? Das ist die eingespürte Liebe. Oh. Oh, wir haben... So fühle ich mich bei dir. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder was ich gemacht habe. Aber ich glaube, ich bin gut. Was mache ich hier? Warum bin ich bei den Gegnern? Bin ich hierher gekommen. Aber LuckyQTV. Warum bin ich jetzt bei den Gegnern gespawnt? Achtung! Achtung hinter dir! Achtung hinter dir! Hey, wie hinter mir ist nichts. So viel Fläche, Alter. Was geht denn da ab, Alter? Ja, fluch. Was? Ja, Muffin ist kaputt! Man geht... The fuck? Der holt dich weg! Der mobbt dich! Krank! Hat er dich gekillt? Meine Reichweite... Ja, meine Reichweite war zu niedrig. Ich bin tot genug. Das Perser mal wieder und... Das Perser ist gut, aber die Reichweite ist gefickt. Ich kämpfe vor zu meinem Liebsten mit ihm. Ich bin fast so schnell wie du. Oh, genau so schnell tot. Dein Gesicht stinkt nach Heu, du Echo. Echo. Ich geb dir gleich ein Echo. Echo Fresh. Echo. Und Veränderung. Veränderung! Okay, das Stück ist in der Kuppel. Was? Ich hasse ihn! Scheiß, das Perser geht mir auf den Sack. Mann, allisch! Mann, die Doppler sind halt... Wenn du die Doppler kannst, kannst du die Doppler. Weisheiten mit Gecko. Wenn du etwas... AAAAAAAA! Genau so ging mein Spruch. Das war ja Schlingking. Scheiße, Mann. Nein! Lucky, sag doch, dass du in Gefahr bist. Dann wäre ich nicht bei dir gespawnt. Gefache, Alter! Was kann ich da? Ich hab dich schrieen, wenn ich schreie... Nein, die Mitte ist eingekuppelt. Komm doch nicht zu mir, wenn ich schreie. Okay, das haben wir verkackt. Die Mitte ist eingekuppelt. Du bist eingekuppelt? Wir haben sie verloren. Ach, die Kuppel kann eingekuppelt werden. Ja, nee. Ja, kann sie. Das ist das Problem. Nein, hä? Ich kiege doch eigentlich... Ja, wir haben verloren. Das war's. Es sind auch zwei Gegner in der Kuppel. Das war's. Ja. Man kann in der Kuppel sein? Wie kommt man aus der Kuppel raus? Äh, gar nicht. Doch, man kann rausbornen dann natürlich, aber... Ja, das war's. Haben sie so verloren, Alter. Ich hab nix hinbekommen. Ich bin rausgekommen. Das ist halt das Miese bei der Map, dass nach und nach Teile eingekuppelt werden. Ja, da kannst du nicht mal umfärben. Ja. Deswegen... Deswegen... Ich mag den jetzt schon, aber wie gesagt, wir wurden direkt dominiert. Ich bin auch nur ausgerastet. Schade. Ja, du warst einfach mal kurz schlinking. Du warst ne Ultrabestie. Ja. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da war so ein Ding und dann, und dann kam da so ein Typ und dann eine Faust. Hm, ja. Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne hier gleich mal ein ganz anderes Gefühl. Oh, ihr wartwippschen noch mal. Jo, äh. Gewinnen wir das dann, oder? Gewinnen wir auch mal? Ich so, äh, hä? Ach, das kann man auch gewinnen. Ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Slumbering? Slumhering. Der Slumhering. Hm. Aber ihr gewinnt schon so 50-50. Äh. Was denn? Irgendwie so. Naja, wir haben schon mal fünf Kämpfe in Folge gewonnen. Oh, ja. Ist das so lucky? Ja. Ist doch so. Ja. Kannst du es beweisen? Ja. Guck dir? Geckos streamt, wenn er dann rauskommt. Ach so. Also, Geckos, Geckos. Ach, schief. Ach, schief. Ja, ja. Da ist jemand. Da heißt jemand Leal. Leal. Nein, Leal. Oh, guck mal. Hier sind die Kuppeln. Das ist ja meine Lieblingsmap. Die eingesperrte Liebe. So fühle ich mich bei Gecko. Brigade mit Waffen-Mix. Brigade mit Waffen-Mix. Mit Waffen-Mix. Ich wollte es auch sagen. Das ist die Brigade. Brigade mit Waffen-Mix. Oh, Gott. Brigade. Brigitte mit ihrem Waffen-Mix. Die Brigade. Oh, nein, du. Das ist so ein Paket. Paket? Gestorben auf Otto.de. Scheiße. Regen. Da ist einer, der wirklich genüsslich aber nur hin und her fährt. Ach, Nüsse? Ja. Der Nüsse. Der ist einfach einer, der Nüsse verkauft. Die Idee war lustig. Nüsse? Nüsse. Die Idee war lustig. Die Idee war nussig. Sherry Mikas Pascal. Sherry, Sherry Lady. Nein. Bodensack in kaltes Wasser hängen. Boop, 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 boop. In kalte Farbe hängen. In kalte Farbe hängen. Neu, wie mächtig sind diese Pissbomben. Let go, me. Haben wir? Immerhin eine Koppel. Jetzt fehlt noch die mittlere. Fokus auf Mitte. Die andere ist auch noch ein bisschen von uns. Da konnte ich noch kurz rein. Immerhin, jetzt aber Fokus auf Mitte. Ja, die Mitte ist jetzt. Mitte wird das nächste eingepämmt. Die müssen wir haben. Die müssen wir haben. Weil wenn du die Mitte hast, dann haben wir schon so gut es geht den größten Teil. Dann haben wir eigentlich zu gut wie gewonnen. Hup. Geht sie zu? Noch nicht. Dann gehen die eigentlich zu den letzten 30. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, Leal besiegt. So, zweite Eingepräderung. Dann bleib ich mal drin. Ja, bleib drin. Zweite drin. Zweite drin. Zweite drin. Zweite drin. Gut. Der eine ist raus. Wir haben's. So. Geil, leider. Ich fang hier noch mehr ein. Ja, das hat sie machen. Hier, die Wände noch ein bisschen. Da ist noch Ketchup. Die Wände zählen, aber nicht so sehr. Es sind Miniprozenten, das ist okay. So, raus hier. Die Wände zählen hat ich, deswegen halt einfach versuchen wir da umzuführen jetzt. Ja, easy. Leal, ja, hier ist raus. Boah, ich kann die super gut bei den Minen hinlegen an den Solten. Die sind alle links, die sind alle links, die sind alle links. Ja, deswegen hab ich... Alarm. Alarm. Als ob. Als ob da jetzt noch ein Roller war. Als ob da jetzt ein Roller war. Da kam an der Ecke noch mal ein Rollerladen. Das haben wir. Okay, das haben wir aber. Ja, wir haben die Mitte bekommen. Ja. Yeah, good job. Nice. Nice, da ist er. Tja, Jeremy. Hättest du ruhig auf, dass du deine Ulti nutzen können, Gekko? Uuuuh, Ulti. Du hättest hier mal den Roller nutzen können. Ich hol dir gleich einen. Mit meinem Pinsel. Oh. Ich wähle dir gleich einen. Soß. Weck, Ruh, Null. Cool. Wir haben einen Plan, wie lange wir noch machen. Hier bist du ja. Du hast du volles. Dann bin ich... Tschüss. Was? Hass? Ach, tschüss. Also willst du bis zu meinen Rang noch kommen, weil ich hab ja den Hösten schon. Ja, eigentlich, das war der Plan. Nach glorreicher kommt der Fanclub leider. Ja, eben. Dann machen wir das mal fertig. Eben. Und dann haben wir gewonnen und dann ist das Spiel durch. Genau. Splatoon durchgespielt. Ja. Und es ist... Mal wieder. Ja. Bis zum nächsten Splatfest. Da kommt der nächste Stream erst beim nächsten Splatfest. Richtig. Also nie. Ja. Hä, ist das der Letzte? Ich sag das nicht. Sehr gut, mir keiner hat meine andere angekündigt. Wird denn einer immer dann angekündigt während der nächsten Roll? Die normale Splatfest gibt es eh nicht mehr. Es sind eh nur noch Special. Ja. Wie, ist jetzt hier kein Mayu-Gegend-Shirt-Shirt-Shirt? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zelda-Splatfest kommt. Das ist ja schön. Gerne, oder? Spritz, spritz. Spritz, spritz. Mh. Ich mag die 5 haben immer noch. Ich mag die Map. Ich hab das Spaß. Spaß nicht. Spaß, Spaß, Spaß. Fun, 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 fun. Kazoo. Ich hab' weggedjonnt. Lass mich doch. Schön, noch ein paar genommen. Oh Gott. Maxi-Star. Maxi-King. Alright. Was? Hilfe! Gefahr! Alarm! Alles billig. Vielen Dank. Gut, dass das keiner gesehen hat. Ja, also ich rede nicht, du hast mich gerecht. Okay. Ich hab alles getan, um mich zu retten. Hup! Hubibi! Hubahu! Hubabuba! Hubabuba! Nein! No way! Schwierig! Dann kannst du gar nicht Disney mehr! Aber Lucky, was tust du denn da? Da waren drei. Da waren drei. Sonic Pro 54! Ja, ich hab' noch viele. Ja, klar! Gute Idee, Lucky von links. Danke. Hinter mir. Ha! Fuck! Lucky! Hinter dir! Ah! Was ist das? Hab' ihn gekillt! Irgendwie! Ja! Lucky King! All right! Ich bin in Gefahr! Ich bin in Gefahr! Ja! Bitte helfen Sie mir! Hup! Oh Gott! Okay! Wow! John ist da oben! Ne! John! Schwanz! Schon wieder denn John? Alter, Leute! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wurde ich damit geplättet! Weil das Mist Ding! Zieht kann doch raus! Nein! Haben wir nicht! Haben wir! Lol! Das ist aber wirklich am Arsch knapp! Junge! 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 Hm! Wie viele Farbenpunkte habt ihr denn das? Das ist mein letzter mit so viel! Lil! Ich hab 1700 Punkte! Ich hab 1766 Punkte mehr als ich! So sieht's aus! Und deswegen bin ich letzter! Was ist das für Lil? Lahl! Ah! Lahl! Das ist Alula! Lahl! 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 Lahl!